Ich gebe dir jetzt einen Mindset-Trick mit auf den Weg, der dein ganzes Leben verändern wird. So mächtig, dass wenn du diesen Trick in dein Unterbewusstsein lässt und wirklich daran glaubst, du dann in einen Ozean aus ungenutztem Potenzial eintauchen wirst und deine Erfolge verzehnfachst. Es ist ein super einfaches Prinzip, was du dir sagst, wenn du am Ende deiner Kräfte bist. Was du dir sagst, wenn du nicht mehr kannst, wenn du glaubst aufzugeben, wenn du nicht mehr weitermachen willst oder wenn du gar nicht erst anfangen willst, wenn du Energie brauchst, um zu starten, wenn die Welt gegen dich zu laufen scheint und alles den Bach hinunter geht. Das sind die Momente, die dich sabotieren, entweder nicht in Bewegung kommen oder aufzuhören, dich zu bewegen. Die Momente, wo du denkst, du kannst nicht mehr und es sein lässt. Die Momente, wo du denkst, du kannst nicht mehr und gar nicht mehr anfängst. Und wenn du einen Weg findest, um weiterzumachen oder um überhaupt mal anzufangen, dann kann dich keiner mehr auffallen. Wenn du einen Weg findest, um weiterzulaufen, zu lernen, zu trainieren, zu lesen, zu arbeiten, dann würden sich für dich alle möglichen Türen öffnen. Was ist jetzt das Prinzip, was ist dieser Mindset-Trick, den ich dir jetzt mitgeben werde? Fokussiere dich immer nur auf den nächsten Step. Fokussiere dich beim Training nur auf die nächste Wiederholung. Fokussiere dich beim Schreiben nur auf das nächste Wort. Fokussiere dich beim Aufstehen nur darauf, den Schritt aus dem Bett zu machen. Werfe alles, was du hast, in den nächstmöglichen Step. Und wenn du das nächste Mal am Ende deiner Kräfte bist, sage dir nur noch diesen einen Step. Und du wirst plötzlich merken, dass es geht. Du wirst plötzlich merken, dass noch eine Wiederholung drin ist. Und noch eine Wiederholung. Und noch eine. Dass du plötzlich länger laufen, rennen, schreiben, lesen, arbeiten, was auch immer kannst. Weil du in den Flow gekommen bist. Du kommst in einen Modus, in dem du nur noch von Moment zu Moment denkst. Und in diesem Modus kannst du alles packen. Denn da bist du im Hier und Jetzt. Das ist der Modus, in dem die absolute Elite agiert. Das ist der Modus, mit dem du zum Champion wirst. Denn plötzlich entfesselst du das ungenutzte Potenzial, das die absoluten Champions täglich abrufen. Denn die Besten der Besten sind die, die nicht aufhören. Die immer weitermachen. Egal wie hart es wird. Dieses Prinzip wird dir helfen, genau das zu tun. Weiterzumachen. Es wird Zeit, dass du dein Leben in die Hand nimmst und dein Leben dominierst. Dass du in den Moment kommst. Dass du in das Hier und Jetzt kommst. Dass du anfängst, dein Leben zu crushen. Und wenn ich dir dabei helfen soll, dann klicke auf den Link in der Infokarte. Dort wartet eine geheime Gruppe aus Champions, die gemeinsam mit dir die Welt erobern will. Und ich helfe dir dabei. Das war's von mir. Klicke jetzt auf den Link in der Infokarte und schau's dir gerne mal an. Dein Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.